Hier ist eigentlich der Trickbuch mit dem Magier. Berserker! Verdammt! Okay, komm schon! Unglaublich, diese Ruhe! Gewand! Verdammt, ich bin zu spät! Er hat einen Metall, schwöre dich! Greif ihn an! Und das war's! Das war mein allererster Stop-Motion-Film, oder Schläger-Video. Es war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung, ich werde es auf jeden Fall weiter fortführen. Natürlich ist es jetzt nicht das Beste, aber ich sag mal so, für's erste Mal ist es eigentlich relativ gut geworden, muss ich sagen. Also besser als ich erwartet hätte von mir selber. Ähm, genau. Aber wenn's trotzdem euch irgendwas auffällt, irgendwelche Tipps oder so, was man besser machen könnte, was auch definitiv natürlich gibt. Mit diesen Schlussworten sage ich da nun vielen Dank und wir sehen uns zum nächsten Stop-Motion-Video. Bis zum nächsten Mal! Und wir sehen uns beim nächsten Mal!